Sie war tot. Die Leichenschau erkannte auf Morphiumvergiftung. Sie müsse beinahe zehn Graen reines Morphium zu sich genommen haben, erklärte der Doktor. Das sei genug, um binnen 30 Minuten den Tod herbeizuführen. Hatten deine Töchter vielleicht ein Liebesverhältnis? Ich habe nie von etwas derartigem gehört. Sie sind noch sehr jung, kaum der Schule entwachsen. Letty hatte ihr 18. Jahr noch nicht vollendet. Dass sie und Millie Zwillingsschwestern sind, sagte ich dir ja schon. Barbara war genau ebenso alt, als sie vor einem halben Jahr in Deutschland vergiftet wurde. Es waren muntere, lebenslustige Mädchen, sagst du? So vergnügt wie die Vögel in den Zweigen. Den Gedanken an Selbstmord lass nur ganz beiseite. Wenn Selbstmord und Zufall ausgeschlossen sind, so käme ein Mord in Frage. Was für Leute waren im Haus, als deine Tochter Letty vergiftet wurde? Nur langjährige, treue Diener der Familie. Ebenso gut könnte man mich selbst verdächtigen. Es läge ja auch gar kein denkbarer Beweggrund vor. Und alle hatten sie lieb. Die Art, wie er das Wort Beweggrund aussprach, machte Beck stutzig. Er blieb plötzlich auf dem einsamen Strand stehen, wandte sich um und sah Woodruff voll ins Gesicht. Du verbürgst etwas vor mir, John. Ist dir ein Beweggrund für das Verbrechen bekannt? Ich weiß von keinem. Aber du hast eine Vermutung. Sei offen gegen mich, wenn ich dir helfen soll. Der Gedanke ist so ungeheuerlich, dass ich ihn kaum zu fassen mag. Überdies ist es ja unmöglich. Das zu beurteilen musst du mir überlassen. Erst wenn man die Unmöglichkeit aus dem Weg geräumt hat, kommt man zu dem, was möglich ist. Um dir alles zu erklären, muss ich etwas weit ausholen. Wir Woodriffs waren fünf Geschwister. Vier Brüder und eine Schwester. Robert, der Älteste, wurde Arzt und ließ sich in Liverpool nieder. Sein einziger Sohn, Coleman Woodruff, erwählte denselben Beruf und erbte bei seines Vaters Tod die nicht sehr einträgliche Praxis. Mein zweiter Bruder, Peter, lebt seit 30 Jahren in Chicago, wo es ihm gut geht. Er ist unverheiratet und verspricht jedes Jahr, uns zu besuchen. Mit dem, was ich dir erzählen will, hat er nichts zu schaffen.